Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video reden wir über Champions und welche Champions ihr erwecken solltet. Wir haben ja vor kurzem den generischen 4-Sterne-Erwecker bekommen. Wir bekommen im Laufe des mehrmonatigen Kalenders noch den 5-Sterne-Erweckungskristall, wo dann ein Klassen-Erwecker drin ist und ich denke, es wäre nicht ganz verkehrt, mal drüber zu reden, welche Champions sich denn eigentlich lohnen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr Champions erweckt und ja, nur dass ihr halt nicht am Ende da sitzt und euch denkt so, ha, hätte ich den Erwecker mal lieber aufgespart. So allgemeine Sachen, die ich euch sagen möchte, wenn ihr überlegt, einen Champion zu erwecken, es ist immer sinnvoller, den Champion erst aufzuwerten und dann zu erwecken. Vielleicht habt ihr momentan nicht alle Ressourcen, um den Champion soweit aufzuwerten, wie ihr wollt. Vielleicht sagt ihr, okay, ich nehme den Champion auf Rang 4, ich kann aber momentan nur auf Rang 3 bringen und bevor ich ihn auf Rang 4 habe, spiele ich ihn gar nicht und dann lohnt es sich erst, den Champion zu erwecken, wenn er auf Rang 4 ist. Es besteht immer die Möglichkeit, dass ihr ihn bis dahin noch aus einem normalen Kristall zieht. Ihr solltet außerdem darauf achten, wie viele Signatursteine ihr habt. Wenn ihr einen Champion erweckt, ist es Signaturstufe 1. Bei den meisten Champions, bei denen sich das lohnt, wenn sie erweckt sind, ist Signaturstufe 1 nicht sonderlich gut. Das heißt, ihr braucht dann da einfach noch ein paar Signatursteine und da solltet ihr darauf achten, dass ihr dann tatsächlich welche habt. Sonst lohnt sich das Ganze natürlich nicht. Ihr solltet außerdem darauf achten, wie gesagt, wenn ihr Champions aufwertet, dass ihr die entsprechenden Ressourcen habt, um den Champion auch tatsächlich aufwerten zu können. Es bringt euch nichts, wenn ihr einen 5-Sterne-Rang 1-Champion habt, der erweckt ist, aber mit dem könnt ihr dann auch nichts anfangen, wenn euch die Ressourcen fehlen, den Champion aufzuwerten. So, das wären dann die Sachen. Außerdem solltet ihr überlegen, nur weil ein Champion auf dem Papier sinnvoll ist, aufzuwerten, ist natürlich die Frage, ob ihr ihn tatsächlich auch einsetzt. Wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel, ihr habt Vision, wenn wir jetzt von der 4-Sterne-Version ausgehen, ihr habt Vision OG, also den Original-Vision, dann lohnt es sich natürlich nicht, den Age of Ultron Vision zu erwecken. Dann braucht ihr den einfach nicht. Und soll ich sagen, dann müsst ihr einfach ein bisschen selber denken und selber überlegen, welche Champions benutze ich tatsächlich, lohnt sich das, nur weil ein Champion auf dem Papier sinnvoll ist, auf dem Papier sehr stark ist, heißt das nicht, dass ihr den Champion auch tatsächlich braucht. Mehr dazu aber jetzt dann gleich. So, dann springen wir direkt in die erste Spalte. Ich habe das wie immer in meinem Infobot-Spreadsheet nach Klassen sortiert und die Klassen alphabetisch sortiert. Es ist also nicht so, dass der Champion, der sich am meisten lohnt, ganz oben steht. Es lohnen sich im Prinzip alle, die hier drin stehen. Ja, wie gesagt, es ist im Infobot-Spreadsheet. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung vom Video. Ich weiß, dass ich das Spreadsheet schon lange nicht mehr geupdatet habe. Ich hatte unglaublich viel zu tun in den letzten Wochen. Ich versuche, das im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen wieder alles aktuell zu bringen und dann vielleicht auch mein Bot wieder ein bisschen aktueller zu gestalten. Da muss ich mal schauen, wie viel Zeit ich dafür habe. So, springen wir in die erste Spalte. Das wären die Talent-Champions. Da haben wir natürlich ganz oben, weil alphabetisch, haben wir Aegon. Ich kann hier gleich mal erklären in der Talentspalte, was die verschiedenen Sachen dahinter bedeuten. Die 99 bedeutet, dass der Champion davon profitiert, wenn er eine hohe Signaturstufe hat. Das bedeutet, wenn ihr Aegon erwecken wollt, dann solltet ihr ein paar rote Steine übrig haben. Es bringt euch nicht sonderlich viel, wenn er auf Signaturstufe 1 rumpimmelt. Da bringt er euch wirklich fast gar nichts an. Aegon ist definitiv ein sehr starker Champion, der seine Signaturfähigkeit braucht und der erweckt sein sollte, wenn ihr ihn wirklich benutzen wollt und der eine hohe Signaturstufe haben sollte. Das gleiche gilt für Black Widow. Black Widow Signaturstufe verringert die Fähigkeitengenauigkeit vom Gegner. Je höher die Signaturstufe, desto mehr wird die Fähigkeitengenauigkeit verringert. Ist also definitiv immer noch ein sehr starker Champion. Der Schaden ist immer noch extrem gut. Ist nicht mehr ganz so OP wie damals, vor Jahren, als er richtig OP war, aber ist immer noch ein sehr, sehr starker Champion. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir Blade. Hier seht ihr ein neues Symbol. Das ist das Plus-Minus. Plus-Minus bedeutet für mich, der Champion profitiert davon, wenn ihr ihn erweckt habt. Ihr braucht es aber nicht unbedingt. Der Champion ist auch stark, wenn ihr ihn nicht erweckt habt. Ihr wisst bei Blade, was ihr bekommt, wenn ihr ihn erweckt. Das ist die Heilung. Ihr könnt Blade, also ihr könnt eure Kraft eintauschen gegen Heilung. Bis 70% könnt ihr ihn wieder hochheilen. Blade braucht es nicht unbedingt. Es hilft aber enorm. Das gleiche gilt für Gwenpool. Gwenpool hat fast alle ihre Fähigkeiten unerweckt. Was sie bekommt, wenn sie dupliziert ist. Wenn die Signaturfähigkeit von Gwenpool ist, sie kann nicht durch eine Superkraft sterben. Und, aber was viel wichtiger ist, jeder Schlag auf dem Komplometer verringert die Fähigkeiten und die Genauigkeit vom Gegner. Das ist eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit. Aber Gwenpool kann trotzdem unglaublich viel Schaden machen, wenn ihr sie nicht erweckt habt. Dann haben wir Killmonger. Hier seht ihr nochmal ein neues Symbol. Das ist das D. Das bedeutet, dass er ein Champion ist, der hauptsächlich für die Verteidigung dupliziert sein muss. Und das Plus-Minus bedeutet, dass es nice to have. Man muss es aber nicht haben. Bei Killmonger muss ich eines erwähnen. Er profitiert auch im Angriff sehr viel davon, wenn er erweckt ist. Es ist also nicht so, dass ihr nur für die Verteidigung erwecken solltet oder erwecken würdet. Sondern, wenn ihr gleichzeitig Volltreffer und die Rüstung aktiv habt, dann wird seine Angriffskraft erhöht. Das bedeutet, auch im Angriff profitiert Killmonger ganz arg davon, wenn ihr ihn erweckt habt. Er ist also wirklich nicht nur für die Verteidigung. Dann haben wir Kork, der nur für die Verteidigung wichtig ist, dass er dupliziert ist. Nick Fury ist es nicht nur für die Verteidigung wichtig. Das Ding ist, wenn ihr Nick Fury dupliziert habt, bekommt er seine zweite Phase frei. Er macht unglaublich viel Schaden. Das Problem, wenn ihr das im Angriff spielt, ihr habt da einen Champion, der dauerhaft bei 30% ist. Also ihr startet den Kampf mit maximal 30% eurer HP. Das ist dann ein bisschen tricky damit zum Spielen für den einen oder anderen. Wenn ihr es richtig krass drauf habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, Nick Fury sterben zu lassen, um dann einfach in die zweite Phase zu starten. Und dann haben wir hier noch Night Thrasher. Night Thrasher profitiert auch von einer sehr hohen Signaturfähigkeit. Dann kommen wir zu den Mutanten. Wir haben Archangel. Archangel ist ein interessanter Fall und da kann ich gleich nochmal was einsprechen. Archangel lohnt sich auf jeden Fall zu erwecken. Er ist unglaublich stark, wenn ihr ihn erweckt habt. Das Neurotoxin ist der absolute Wahnsinn. Und es ist allerdings so, dass ihr ihn nicht auf Signaturstufe 99 braucht oder 200, wenn ihr ihn als 5 Sterne habt. Sondern Archangel hat einen bestimmten Punkt, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt, die Signaturstufe zu erhöhen. Wenn ihr ihn als 4 Sterne Champion habt, ist das bei ungefähr 35, 40 sowas. Bei der 5 Sterne Version weiß ich es leider nicht. Da kann ich aber was anderes ansprechen und zwar die Seite ontm.ai, also ontmay. Hier seht ihr alle Champions im Spiel. Ihr könnt die Champions hier sortieren. Ihr könnt dann zum Beispiel auf die Mutanten gehen. Wir können hier ein Archangel auswählen. Dann können wir die 4 Sterne, Rang 5 Version. Das ist alles Englisch, also ihr solltet Englisch können, um das Ganze zu machen. Und dann seht ihr hier die Kurve, wie die Signaturfähigkeit von Archangel skaliert. Und dann könnt ihr hier einfach auswählen, welche Signaturstufe er hat. Und dann seht ihr hier, im Fall von Archangel ist es ja die Prozent, die sein Neurotoxin, die Fähigkeitengenauigkeit reduziert. Und ihr seht es hier, bei 40 sind es 33,02 und bei 30 sind es 32,4. Und ihr seht hier die Grenze bei den entsprechenden, jetzt hatte ich es doch gerade genau hier. Also das Maximum, was ihr haben könnt, in dem Fall wäre 34,99. Aber der Cut-Off liegt bei um die 40. Also hier sind es 33,02 und wenn ihr bei 50 seid, sind es 33,51. Und ihr wollt 33,33 oder 34 für den maximalen Nutzen. Danach lohnt es sich nicht weiter, Steine zu investieren. So, wie gesagt, wir sehen, wir haben hier die komplette Champion-Garnitur. Hier sind alle Champions, die im Spiel verfügbar sind. Neue Champions kommen relativ zügig dazu. Sunspot ist auch schon drin. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie schnell der, wer auch immer die Seite macht, an die Daten kommt. So, soviel zu den, zu ARK-Engel. Also er lohnt sich auf jeden Fall zu wecken. Ihr müsst aber keine 99 Signaturstellen in ihn reinschmeißen. Dann haben wir Domino, Havoc, Iceman. Kennt ihr alle, sehr nützlich für die Verteidigung. Domino, Iceman und Havoc brauchen es nicht für den Angriff. Es hilft aber, wenn ihr es habt. Gut, dann haben wir Mr. Sinister. Bei Mr. Sinister ist es nur für einen Angriff. Da kann man eigentlich ein A dahinter machen. Wenn ihr ihn in der Verteidigung habt, profitiert er nicht von seiner Signaturfähigkeit. Im Angriff ist er allerdings fast unabdingbar. Wenn ihr mit Mr. Sinister kämpft und ihr Champions von verschiedenen Klassen besiegt, bekommt er anhaltende Ladungen und erhöht bestimmte Aspekte seiner Fähigkeiten. Und das braucht ihr für einen Angriff, um ihn wirklich nützlich zu machen. In der Verteidigung bringt es allerdings gar nichts. Dann haben wir Neymor, Signaturstufe 990. So hoch wie möglich. Also auch als 5-Star-Version dann auf Signaturstufe 200. Neymor reflektiert Schaden, während er angreift. Wenn ihr ihn auf 99 bzw. 200 habt, reflektiert ihr alles. Bei Omega Red ist es ebenso. Sollte auch eine möglichst hohe Signaturstufe haben. Sunspot sollte erweckt sein. Eigentlich kann man da auch ein Plus-Minus dahinter machen. Es ist nice to have, wenn er erweckt ist. Er muss allerdings nicht unbedingt erweckt sein. Es sei denn, ich täusche mich gerade enorm. Aber es ist auf jeden Fall praktisch. Das gleiche geht für Wolverine. Er muss nicht unbedingt erweckt sein. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Macht ihn unglaublich viel Stärke. Erhöht seine Regeneration enorm. Dann kommen wir zu den Technologie-Champions. Wir haben Darkhawk, der definitiv erweckt sein muss. Und eine hohe Signaturstufe braucht. Wir haben Ghost. Bei Ghost ist ein Plus dahinter. Der Grund dafür ist, Ghost ist auch super, wenn sie nicht erweckt ist. Sie profitiert allerdings so enorm von ihrer Signaturfähigkeit. Dass es sich auf jeden Fall lohnt. Aber wenn ihr sie nicht erweckt habt, dann ist sie trotzdem noch gut. Das ist so das, was ich da damit meine. Bei Iron Man Infinity War ist es hauptsächlich eine defensive Fähigkeit. Nein, ihr wollt eigentlich wenig, beziehungsweise gar nicht auf unter 15% fallen, wenn ihr mit ihm kämpft. Und auch da ist es so, ihr braucht es für die Verteidigung nicht unbedingt, basierend darauf, auf welchem Level ihr spielt. Also wenn ihr auf einem relativ hohen Level spielt, dann muss er erweckt sein. Die meisten da haben aber eh keine Probleme mehr mit Iron Man Infinity War. Wenn ihr eher auf einer niedrigeren Stufe im Krieg spielt, dann kann auch ein nicht erweckter Iron Man Infinity War wirklich, wirklich Probleme verursachen, wenn er auf die richtigen Knoten stellt. Dann haben wir Sentinel. Bei Sentinel ist es auch so, seine Signaturfähigkeit gibt ihm mehr Kraft, wenn der Gegner zweimal die gleiche Superkraft einsetzt. Es ist für die Verteidigung eigentlich echt wichtig, aber es geht auch so, Sentinel ist insgesamt nicht sonderlich schwer als Verteidiger. Und im Angriff ist es so, es macht euch das Leben leichter, vor allem in Kämpfen, die nicht so lang gehen. Ihr braucht es aber nicht unbedingt, er ist auch ohne echt stark. Das gleiche gilt für Spider-Man stark aufgerüstet. Er ist Stark-Enhanced, nicht den neuen Spidey, sondern den zweitneuesten Spidey. Ihr wisst, was ich nicht meine. Wir reden von Technologie-Champions. Es erhöht seinen Schaden enorm, wenn ihr ihn erweckt habt, weil die kritische Trefferquote erhöht wird. Es ist allerdings nicht so, dass ihr ihn ohne nicht spielen könnt. Er ist trotzdem sehr stark, aber es ist nice to have. Star-Lord hingegen müsst ihr erweckt haben, sonst macht das Spiel mit ihm gar keinen Sinn. Und er sollte eine möglichst hohe Signaturstufe haben. Bei den Visions ist es auch so, dass beide erweckt sein sollten und dass beide stark davon profitieren, wenn sie erweckt sind. Dann kommen wir zu den kosmischen Champions. Wir haben Captain Marvel, die neue Version der Captain Marvel, lohnt sich auf jeden Fall zu erwecken. Da muss ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Für Khan ist es das gleiche. Champion des Universums lohnt sich die... Also wenn ihr ihn in der Verteidigung einsetzen wollt, muss er erweckt sein. Wenn ihr ihn im Angriff einsetzt, könnt ihr ihn auch ohne spielen. Bei Corvus ist es wieder ein Plus-Minus. Corvus ist unglaublich stark, wenn er nicht erweckt ist. Das einzige, was ihr von seiner Signaturfähigkeit eigentlich einsetzt, ist die Fähigkeit, dass ihr nicht sterben könnt, solange ihr die Ladungen habt. Das bedeutet, ihr könnt bestimmte Matches ins Time-Out retten und zusätzlichen Schaden durch den Block verursachen, solange ihr noch Ladungen habt und ihr sterbt nicht. Er hat außerdem, ein Teil seiner Signaturfähigkeit ist, dass wenn ihr eure Cleven innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, verbraucht habt, dann laden die schneller wieder auf. Das braucht man nicht wirklich. Je nachdem, wo ihr spielt, ist es eh so, dass ihr gar nicht dazu kommt, die Cleven so schnell aufzubrauchen. Dann haben wir Carl Obsidian, der definitiv dupliziert sein muss, um irgendwie nützlich zu sein und eine hohe Signaturstufe haben sollte. Da geht es darum, dass er seinen Buff möglichst schnell wieder aktivieren kann, um seinen Schaden zu erhöhen, weil es außerhalb seines Buffs macht er nicht so viel Schaden. Für Hyperion und Medusa, das sind Sachen, die Signaturfähigkeit von Hyperion ist schon stark. Es ist so, wenn ihr ihn einmal dupliziert habt, also wenn ihr ihn durch den Kristall dupliziert, es lohnt sich nicht, in Hyperion Steine zu investieren. Wenn ihr ihn erweckt, dann solltet ihr ihn auf Level 15 bis 20 bringen, einfach ein bisschen was davon zu haben. Es ist aber hauptsächlich für die Verteidigung wichtig, wenn ihr Signaturstufe reinpumpen wollt, weil es erhöht die Dauer seiner Buffs und es erhöht die Dauer seiner Kraftzufuhr und das ist für die Verteidigung wichtig. Es ist so, dass ihr Hyperion undupliziert wirklich gut spielen könnt. Mein Hyperion war undupliziert auf Rang 4 und ich habe ihn lang benutzt, ohne dass er dupliziert war, ohne seine Signaturfähigkeit freizuschalten. Es ist allerdings so, dass es schon enorm hilft, wenn ihr ihn dupliziert habt. Also das Erwecken lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe meinen Hyperion auch erweckt, weil ich ihn nicht über Kristalle duplizieren konnte und ich bereue es in keinster Weise. Dann haben wir Medusa, die halt einfach keine Wut bekommt, wenn sie nicht dupliziert ist und für die Verteidigung, für den Autoblock braucht ihr die Wut. Also es lohnt sich nicht, eine unduplizierte Medusa in die Verteidigung zu stellen, auch für den Angriff wirklich nice to have. Bei Proxima haben wir im Proxima Midnight Video darüber geredet. Bei Proxima ist es die letzte Mission, die sie freischaltet, wenn sie dupliziert ist. Das ist wichtig für lange Kämpfe, für kurze Kämpfe braucht ihr es gar nicht. Von dem her habe ich jetzt mal kein Plus Minus dahinter gemacht, was schon praktisch ist. Je nachdem, wie schnell ihr die Kämpfe beenden könnt. Aber es ist für die Missionen, für die höheren Missionen, gerade so Akt 6.2, 6.3, lohnt es sich auf jeden Fall. Dann haben wir bei Tor, Tor muss dupliziert sein, um den Rüstungsbruch auch beim Parieren machen zu können, beziehungsweise beim Lähmen. Und es lohnt sich definitiv, ihn erweckt zu haben. Klar ist er hauptsächlich als vierstandende Version vorhanden. Es gibt ihn als Fünfe. Dann haben wir Venom und Venom die Ente, beides Champions, die auch nicht dupliziert super gut sind. Die aber davon profitieren, wenn ihr sie dupliziert habt. So, dann haben wir hier die mystische Kategorie Dr. Voodoo, ein Champion, der dupliziert sein sollte und auch davon profitiert, wenn er eine hohe Signaturstufe hat. Dormammu, der hauptsächlich für die Verteidigung dupliziert sein muss. Also ohne Dupli in die Verteidigung stellen, macht keinen Sinn. Ihr könnt ihn im Angriff auch ohne Dupli spielen, wenn ihr Dormammu spielt. Es erhöht einfach nur seinen Schaden. Es ist genau das gleiche wie mit anderen Champions. Bei Ghost Rider ist es so ein nice to have. Ihr habt ein zusätzliches Urteil, ihr habt einen Wutausbruch. Ich persönlich finde es echt stark. Ich persönlich würde aber Ghost Rider gar nicht erwecken, weil ich der Meinung bin, dass es Champions gibt, die das Ganze besser machen. Ich finde Ghost Rider ist hauptsächlich nützlich, wenn ihr die Trinity spielt. Also Spider-Man, Blade und Ghost Rider. Dann würde ich euch empfehlen, den Ghost Rider zu erwecken, weil es ihn schon extrem viel stärker macht. Wenn ihr das allerdings nicht macht, dann weiß ich gar nicht, ob ich Ghost Rider Arc 4 spielen würde. Er macht unglaublich viel Spaß. Er kann sich super heilen. Er ist ein Top-Champion für Allianz-Missionen. Es gibt allerdings einfach mittlerweile bessere Champions. Magic definitiv immer noch einer der Top-Champions. Signaturfähigkeit braucht ihr nur für die Verteidigung. Limbo kennt ihr alles. Unglaublich nervig. Da ist es so ein Fall wie bei Dormammu. Es hilft enorm, wenn ihr es habt. Ihr braucht es im Angriff aber nicht zwingend. Der Vorteil, wenn ihr Limbo habt, ihr erhöht den Schaden, den ihr austeilt ein bisschen. Und ihr könnt gezielt Superkräfte oder generelle normale Attacken auf den Block nehmen und den Block-Schaden einfach wieder wegheilen. Das gleiche gilt für Morningstar. Morningstar kann undupliziert im Angriff gespielt werden. Für die Verteidigung muss sie allerdings dupliziert sein. Sonst wird das mit der Blutung nichts. Bringt euch dann alles auch nichts. Scarlet Witch kennen wir alle. Super Champion. Definitiv ein Champion, der eine hohe Signaturstufe braucht und haben sollte. Auf jeden Fall wert, dass man sie erweckt. So, dann Symbion Supreme. Ich habe Symbion Supreme. Ich persönlich bin der Meinung, dass man die Signaturfähigkeit von ihm nicht braucht. Wenn ich einen 6-Sterne-Erwecker hätte für meinen Symbion Supreme, würde ich es machen. Einfach, weil es das Leben ein bisschen leichter macht. Ihr braucht es aber nicht unbedingt. Also es ist so, es gibt andere Champions. Ich würde einen mystischen Erwecker dann eher für Dr. Voodoo Magic oder, wenn es ein 4-Sterne-Champion ist, für Scarlet Witch ausgeben. Als für Symbion Supreme. So, dann haben wir Forschung. Da muss ich bei Captain America noch was dazu fügen. Das ist nämlich so, der Captain America Infinity War ist unglaublich stark, wenn er nicht dupliziert ist. Er hält allerdings seine Utility hauptsächlich durch seine duplizierte Fähigkeit. Und dafür sollte er dann eine hohe Signaturstufe haben. Er ist aber auch, wenn ihr ihn nicht dupliziert habt, wirklich, wirklich gut. Bei Ding ist es so, dass er hauptsächlich für die Verteidigung gut ist, wenn ihr ihn dupliziert habt. Da braucht ihr das nicht unbedingt. Bei Hulk Ragnarok ist es so, es ist eigentlich auch hauptsächlich für die Verteidigung nützlich. Im Angriff braucht ihr die Signaturfähigkeit so gut wie nie. Oder, ja, was heißt so gut wie nie? Es kann euch schon mal den Arsch retten. Ich persönlich würde ihn allerdings nicht erwecken. Das gleiche gilt für Luke Cage. Seine Signaturfähigkeit ist rein defensiv. Es ist praktisch. Ihr könnt dadurch einfach mal eine dritte Superkraft fressen, ohne Stress zu haben. Ihr könnt einfach mal einen Fehler machen, ohne dass ihr direkt kaputt seid. Es gibt allerdings grüne Champions oder Forschungschampions, die deutlich mehr davon profitieren. Bei der menschlichen Fackel ist es ähnlich. Ihr bekommt die Prä-Kampffähigkeit, wenn ihr ihn dupliziert habt. Das ist ziemlich cool. Ihr braucht es aber nicht unbedingt. Und menschliche Fackel ist auch ohne Dupli super gut und mit Dupli einfach noch ein Stück besser, wenn ihr das dann richtig einsetzt. Das gleiche gilt für She-Hulk und Spider-Gwen. Beides Champions, die einfach ihre Fähigkeiten durch die Signaturfähigkeit noch mal ein bisschen verstärkt sehen. Von den beiden würde ich wahrscheinlich eher Spider-Gwen erwecken. Die profitiert mehr davon in meinen Augen, erhöht ihren Schaden schon nochmal ein gutes Stück. She-Hulk bekommt verschiedene Utility-Sachen dazu. Praktisch gegen mystische Champions. Das ist vermutlich der stärkste Teil ihrer Signaturfähigkeit. Aber ansonsten ist er auch nicht dupliziert. Ein echt starker Champion. Im Gegensatz zu Void, den solltet ihr dupliziert haben mit einer möglichst hohen Signaturfähigkeit. Void kann auch und Dupli eingesetzt werden. Das Problem ist, ihr lauft halt dann ein bisschen im Kreis. Ihr habt alle eure Buffs drauf, ihr habt Angst vor Void drauf und dann ist alles wieder weg. Ihr beginnt den Kampf praktisch von vorne. Die Signaturfähigkeit ist schon echt stark. Und je höher die Signaturstufe, desto mehr Schaden macht ihr im Prinzip durch die ganze Sache. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Von den Grünen würde ich am ehesten Captain America und Void erwecken. Und ich habe zwei von den Grünen erwecken und ich warte auf Captain America oder Void dafür. So, das war mein Video dazu. Ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen viel Gerede. Wie gesagt, den Link zum Infobot findet ihr in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal anschauen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Champions, ob ihr sie erwecken sollt oder nicht, wir das machen es heute. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin gern bereit, euch zu helfen, soweit ich kann. Ihr könnt mir auch gern ein paar Lines schreiben. Haben einige von euch mittlerweile schon gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich Anfragen per Lines bekomme. Es dauert halt ein bisschen, bis ich antworten kann. Je nachdem, wie lange ich arbeiten bin und so. Und für manche Sachen muss ich mich einfach selber davor kurz informieren. Ich mag euch ja keinen Schmarrn erzählen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, Leute.